So, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, der Sound stimmt jetzt endlich mal. Ich habe gerade das Spiel von Nvidia Shadowplay optimieren lassen. Ich hoffe, dass Shadowplay jetzt alles richtig aufnehmen kann. Äh, sorry für meine schnelle Sprecher, aber ich muss es sein. Ähm, ich habe leider heute nicht so viel Zeit. Ich werde mir so 20 Minuten nehmen für das Video, also bis 14.10 Uhr. Ja, es ist nämlich gerade 13.50 Uhr. Ähm, das Video wird dann später hochgeladen, wird dann auch sofort hochgeladen, hochgeladen. Im letzten Video könnt ihr jetzt oben rechts, äh, in der Info, auf die Infokarte zugreifen und abstimmen, ob ich geht, was zu zocken oder nicht. Also, ob ich wieder hochladen soll oder nicht. Äh, das geht nicht in diesem Video, sondern nur im letzten. In Part 11, oder so, glaube ich, war's. Ich sehe gar nicht mehr durch. Ähm, und heute, und in diesem Part, besser recht, könnte ich abstimmen, ob, 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 ob Amateur überhaupt noch weiterkommen soll. Wenn nicht, ich habe noch mehr als genug weitere Spiele. Und werde auch eine geht, was zu hohe Episode hochladen noch, um zu gucken, ob da der Sound geht. Weil, wenn der auch nicht geht, dann kann ich eh sowieso beide spielen lassen. Aber dann macht's keinen Sinn mehr. Das geht ja vor allem da auch, äh, mir geht's vor allem da auch an, dass man mich gut hören kann. So. Dann wieder kurzer Sinn. Ihr könnt oben, oben abstimmen. Oben rechts. Ah, gesund werde ich auch nicht mehr. Ich hoffe aber, dass, ähm, ich dies wegen Feier vielleicht heute noch gut herkriege. Ähm, los geht's. Es ist schön, wenn man endlich immer wieder drin ist, vor allem hier. Äh, wenn dann wieder schul ist, also nach einer der Weihnachtsferien, äh, naja, äh, wird es so sein, dass, ähm, wahrscheinlich sonntags oder sonntags hochgeladen wird. Manchmal auch nicht. Äh, ich kann es leider nicht so wirklich bestimmen. Da, wie soll ich sagen, ich mal richtig viel Hausie aufkriege mal gar keine. Es kann dann vielleicht sein, dass es mal Montag morgens hochkommt. Pff, ich muss da gucken, wie ich meinen Rockmuss richtig finden kann. Aber jetzt die Ferien werde ich nutzen, um hochzuladen und hochzahlen und hochzuladen. Und wenn ihr am Ende des Videos, bitte bleibt, bis dahin dran, äh, werde ich weiter aufnehmen. Also, beziehungsweise, um halt oben rechts auf Nummer ansprechen mit dem Löffelklärtchen. So. Die VWA hat einen wichtigen Handelshafen befreit. Stürmle den Industriepark und erobere das Gelände zurück. Okay. Kann sich... Das ist ne Fox. Hey, das ist ne Fox! Wow! Der ist klein im Gegensatz zu meiner Swingfire. Die VWA hat den Hafen und zwei Transportschüsse befreit. Wir sind die Kontrollen bei den Hafen zurück, damit die Schifffahrt wieder anlaufen kann. Es gibt auch Flugabwehr-Raketen in der Gegend. Wobei diese Raketen ausgeschaltet sind, können Sondereinheiten auf den Schiffen landen und sie zurückgewinnen. Viel Erfolg, schwarze Kompanie. Die VWA hat also eine Star-Raketen in der Gegend. Begebt euch in Deckung und kämpft auf den Schiffen. Super. Okay, kommen Sie hin. Dann kommen Sie hin. Konganieren wir hier. Sieh! 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 Welche Baratenscheinregend sind? Okay. Unbietscheinregend ist. Okay, wir haben uns geschehen! 3... 1x 2x 2x 3x 4x 1x 2x 2x Ich kann schon einmal nicht mehr schnappen! Niemand ist besser als Illich. Sag ich doch! Niemand ist besser als Illich. Wenn man vom Teufel steht. Und jetzt wir mal rein! Da die Fox! Da-da-da-da-da-da-da-da! Oder? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Okay, ich auch! Öhhhhhhhhh! Ich würde sagen, diesmal habe ich es nicht kommentiert. Oder? Und ich merke jetzt noch etwas? es ist das die Ansicht von seinem Turm? oh mein goodness komm schon oh ich bewege mich gerade die Maus überhaupt nicht ich vorgabe einfach nur zu wie die anderen Leute hier zu mir hier zuck auch wenn ich glaube dass er gerade nicht in die Saal ist jetzt muss ich noch nicht mehr weg oh ja 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 ich muss gar nicht hui ah die Fock ist wieder schön schnell so schnell die Fock hat ne fucking Rakete? na na hä? kann die Fock nicht normal schießen? er hat wahrscheinlich die Möglichkeit zwischen den beiden Monitontaten zu wechseln äh verwenden dummes Ding Mann! ne ne oder? gut gut bewegt euch weiter Richtung Hafen und haltet eure Augen offen wunderbar nein ich will den Ton verwenden ich denke dass unsere Freunde von der VBA über eure Angst ein Daumen nicht froh sein werden vier 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 Aber den höchst Idee! Yeaheey! Schönes Ding! NEIN! Heee! Ur德 Scheisseinrast redund为什么! BOOMMMMMmm! BOOM investigation! Der Scheiss schon beim Zeitpunkt Oil tiếp und ein K doute Slayer! Nein! Nein! Da 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 da! Ehm... Dettort! Naaaaa! Ah, mein Gott hier! Hm? Hm? Ist der gerade respawned? Ist der gerade respawned? Never better? So. Was? Hä? Wie bitte? Was ist das für ein Führerstein? Oh. Oh. Wie war ich mir? Wie war ich mir? Wie war ich mir? Wie war alles vor dem Parten? Wie war ich mir? Wie war ich mir? Wie war ich mir? Wie war ich mir? Oh. Okay. Sorry. Boom. Oh. Oh. Boah. Oh. Gut gemacht, schwarze Kompanie. Wir gehen davon aus, dass der Handel im Hafen bald wieder erläuft. Gute Arbeit. Mission Be Ende Operationombaz Sieg 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 W 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